Die Stadt steht auf dieser Höhle. Sieht nicht sicher aus, oder? Das ist untertrieben. Wir müssen nach unten kommen. Das wird eine haarige Sache. Bist du bereit? Dann mal los. Unglaublich. So kriegen Sie das Wasser an die Oberfläche. Oh, Himmel. Sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Wir müssen dort rüber. Hilf mir mit der Tür. Mist, runter! Er ist weg. Er ist weg. Höchst nicht. Höch. Sehr nützlich. Okay, let's go. Was ist das? Come on, catch! Okay, alles sicher, hier runter! Verdammt, Sully, noch mehr Besuch! Die Sitten in der Falle! Oh nein, nein, nein! Die Sitten in der Falle! Oh, super! Die Sitten in der Falle! 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 Perfekt. Und runter, schnell! Mal sehen, was die vorhaben. Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Haha, schön. Das behalte ich. Sully, hilf mir mal. Wir müssen hier durch. Da ist die Hauptzisterne. Da werden sie wohl sein. Bist du bereit? Diese Brücke haben sie überquert. Dorthin müssen sie sein. Vorsicht! Sanft hochziehen! Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Ne Idee? Naja, die sind ne Überzahl, Junge. Wir trennen uns. Und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Ich weiß nicht, was hier ist. Sully. Sully! Nein! Malo! Wir müssen weg! Schnell! Sully! Komm, Sully! Komm! Sully! Sag mir, dass du kein Wasser geschluckt hast. Ich glaube nicht. Okay. Verdammt! Genau deshalb gehen wir immer leer aus. Los! Wir müssen weg! Wir stürzen gleich alles ein! Wir stürzen gleich alles ein! Wir können alle, nur wenn du das halt. Haltet sie vom Mahlo fern! Wir wollen alles aus! Was soll das denn? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Der Verstand hier noch zu machen bin ich! Aber ganz bestimmt! Oh mein Gott, die Stadt stürzt ein! Wir müssen hier raus! Wir müssen einen Ausweg finden! Schnell! Der Verstand hier! Adalte! Los, Mensch! Der Verstand! Der Verstand hier! Der Verstand hier! Sully, hier lang! Wir müssen hier raus! Komm, ich brauche Hilfe! Verdammt! Noch mehr! Runter! Runter! Oh! Wir drüben, Sully! Hier hinauf! Wie kommen wir hier raus? Die Zahnräder! Sully, wir müssen damit nach oben, okay? Wir stürzen alles ein! Wir drüben, Sully! Hier hinauf! Wie kommen wir hier raus? Die Zahnräder! Sully, wir müssen damit nach oben, okay? Wir stürzen alles ein! Hier hoch! Pass auf! Six! Die Zahnräder! Die Zahnräder! Die Zahnräder! Sie! Die Zahnräder! Malo! Komm nicht hin! Komm schon! Zieh dich hoch! Nixer! Drake! Wirst du deinem Namen gerecht? Tu es! Dann bekommst du ihn wie vor! Francis von Elisabeth! Beweise deine Größe! Ich muss nichts beweisen! Dale, gib mir die Hand! Lass sie nicht einfach sterben! Halt die Klappe! Nein, gib mir deine verdammte Hand! Hier! Nimm sie! Was machst du da? Ich kann nicht! Es springt nicht! Verspinde es endlich! Festhalten! Nein! 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 Komm! Äh... Erstmal! Auf! Hier oben! Beil dich! Sully, wir müssen hier raus! Hier, stürzt gerade alles ein! Drei verschießene Patronen? Wie zum Geier hast du das mit deinem Patronen geschafft? Heilige Scheiße! Auf! Komm schon! Und weiter! Wir müssen noch höher! Wir sind fast raus! Genau! Wir sind fast raus! Wissen lassen! Stimmen die Flasche! Pflücken aus! Die Flasche! B sous-füades! Die Flasche! Dann richtig flasche! Sie können die Flasche! Geh! 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 Danke! Man geht halt nicht mit zum Messer von der Schießerei! Sorry! Festhalten! Ich zeig zum Abschied, dummes Gamm! Alli! 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 Lauf, Salim! Sie sind los! Wir schaffen es nicht! Salim! Schnell! Steig auf! Los! Na los! Ja! Schnell an! Los! Schnell an! Mein Gott! Schnell an! Schnell an! Soviel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. Ja. Warte mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was geht's? Also meine... Meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich hab viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und äh... Tja. Ich bin... ...nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sally? Ich mein, ich mag dich. Ah, stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lang trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wär weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht. Das tut mir echt leid mit dem Ring. Ist okay. Dafür hab ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber... Na, kommt schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, dass ihr zwei vor vier Jahren demoliert habt. Aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so'n Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? Drei? Mehr oder weniger. ... Nachdem. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020